Der Bundesnachrichtendienst. An einem seiner Standorte soll ein Mitarbeiter wichtige Informationen an einen russischen Nachrichtendienst weitergegeben haben. Der Generalbundesanwalt wertet diese Informationen als Staatsgeheimnis, der Vorwurf Landesverrat. Deutschland ist seit vielen Jahren im Blickfeld russischer Spionage, so Experten. Deutschland ist als wissenschafts-, wirtschaftspolitischer Standort auch mit seinen Beziehungen in die westliche Welt, auch der militärischen, grundsätzlich ein wichtiges Land, ein wichtiger Standort. Insofern gibt es genügend nachrichtendienstliche Ziele für russische Spionage. Der Generalbundesanwalt hat zuletzt immer wieder ermittelt. 2021 wird etwa ein ehemaliger Mitarbeiter der Uni Augsburg festgenommen. Er hat Informationen zum Raketenprogramm Ariane an Russland weitergegeben. In diesem Jahr verurteilt das Oberlandesgericht Düsseldorf einen ehemaligen Reserveoffizier, der sein Wissen etwa zum Reservistenwesen an Russland verraten hat. Viele Operationen werden offenbar von der russischen Botschaft ausgesteuert, wohl auch der Mord im kleinen Tiergarten in Berlin 2019. Mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine steigt das Interesse an Deutschlands Position, so Experten. Außenministerin Baerbock veranlasst im April, dass 40 russische Diplomaten wegen Spionagevorwürfen ausgewiesen werden. Teilweise könne man damit Spionage eindämmen, so Experten. Sie können natürlich auch von Nachbarstaaten aus dann entsprechende Spionage betreiben. Es wird reduziert haben, aber jetzt nicht strategisch signifikant. Aus der Politik heißt es heute, der Vorfall im BND sei ein Weckruf. Deutschland müsse wachsam sein. Aus Sicht von Experten hat Deutschland in den vergangenen Jahren jedoch zu wenig gegen russische Spionage unternommen. Aus Sicht von Experten